Herzlich Willkommen zurück zu Witch mit Aresu. Ich bin Aresu und habe keine Ahnung, was wir hier machen müssen. Also habe ich ja sonst auch nicht, aber diesmal noch weniger. Denn durch Krankheit bin ich ein bisschen ausgefallen und bin jetzt erst die Woche wieder da. Und ja, jetzt muss ich erst mal wieder mich erinnern, wie das hier funktioniert hat. Und mir fällt gerade ein Ares, hat ja gar nicht funktioniert. Stimmt ja, das war ja der Witz bei dem Spiel. So, 100 Meter Brücke. Muss irgendwie zum Halten gebracht werden. Kriegen wir hin, ne? So, hier machen wir noch eine Coltstrebe rüber. Und das stützen wir mit Stahl und dann funktioniert das. Okay, funktioniert nicht. Hier müssen wir unten auf jeden Fall noch ein bisschen mehr reinbringen. Gucken wir mal auf hier die eine Stütze euch das. Okay, das hilft nicht wirklich. Moment. Wir nehmen das hier raus. Dann packen wir hier noch Eisen hin. Sehe ich das richtig, dass wir tatsächlich eine ungerade Anzahl an Eisenstücken haben von Anfang an? Moment. Ja, okay. Dann wird es wahrscheinlich wirklich gemeint sein, dass man irgendwann noch einmal das in die Mitte reinmachen soll. Vielleicht. Also ich weiß gar nicht, ob die sich wirklich irgendwas denken. Oder ob die nicht einfach zufällig was hingepackt haben. Dann den Azubi eine Woche rumrätseln lassen haben. Und wenn es dann funktioniert hat, dann hat es eben funktioniert. Also wenn der eine Lösung gefunden hat. So hält das nicht. Okay. So haben wir nicht wirklich Symmetrie. Moment. Wir nehmen mal Eisen dafür. Ob das was bringt? Theoretisch. Ah, ne. Fällt noch schlimmer auseinander als vorher. So, wenn wir das hier rüberziehen. Ne, Mann, das sollte nichts bringen. So. Wir gucken mal, ob es doch was, äh, ob es doch die Stabilität erhöht, wenn wir das so hier machen. Und hier, warum nicht? Hier doch schon fast. Und? Fangen wir mal die Stahlholzstrebe mal. Ne, okay, das klappt auch nicht. Äh. Gut. Wie machen wir das dann? Können wir die Stahlkreuzstreben durch Stahl ersetzen? Äh, das klappt auch nicht. Weil wir... Moment. Wir nehmen hier die Stahlkreuzstreben. Und hier den Stahl. Da reicht das Geld nicht. Gucken wir mal, ob es jetzt reicht. Reicht immer noch nicht. Hm. Jetzt reicht's. Nur wird's jetzt leider hier runter... Äh. Sagt ihr, jetzt reicht's jetzt? Da muss das hier auch bitte reichen. Äh, Moment. Nein, Stahl soll da hoch. Nicht Stahlkreuzrebe. So. So, jetzt packen wir das noch hier hin. Und das hier... Hier reicht das wieder nicht. Okay. Hier haben wir Kreuzstreben. Die ersetzen wir einfach durch Eisen. Und da haben wir nicht genug für. Okay, Moment. Wo genau sackt das zusammen? Hier überall. Okay. Das ist ja schon mal ein guter Anfang. Zack. Das verzieht sich hier. Also, wir haben hier zu viel... ...Gewicht, das sich hier rüber verlagert. Moment, wir tauschen das mal aus, dass es so rumgeht. Vielleicht hilft das ja. Nee. Nicht wirklich. Äh, ich hab jetzt schon keine Lust mehr. Ähm. Die Aussage war jetzt ein bisschen irreführend. Das lässt ja darauf schließen, dass ich irgendwann mal Lust hatte. Stimmt aber auch nicht. Aber ich hab's eben gesehen, beim Starten, wenn ich mit der Brücke hier fertig bin... Yay. Dann stehen nur noch fünf weitere... Äh, nicht fünf... Äh, elf weitere. Bereit. Ja, das haut alles nicht hin. Wir haben hier noch einmal Eisen übrig. Ähm. Das hier ist essentiell, oder? Ja, wirkt so. Und durch Eisen austauschen können wir das auch nicht. Moment, wo warnt das jetzt? Ähm. Achso, das war das hier. Tja, ich würd das ja gar nicht austauschen, aber das haut nicht hin. Gut, wir bauen nochmal alles ab. Also gut, wir brauchen auf jeden Fall hier ein bisschen Stabilität. Obwohl, stimmt das? Brauchen wir das wirklich auf jeden Fall? Äh, wie weit kommen wir denn, wenn wir das hier vor den Urgassen machen? Nicht wirklich weit. Okay, wir haben, wie viel Stücke? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ähm. Eins können wir hier immer, äh, gut, wir können hier eins rüber immer. Dann müsste das jetzt theoretisch, ja klar, dadurch, dass es ungerade ist, reicht es hier eben wieder nicht. Erstmal, wir bauen hier wieder Stahlkollstreben hin. Ich bin mir fast sicher, dass das besser ist, als... Als dort versuchen, mit Eisen zu arbeiten. Und dann brauchen wir das hier nicht. Sondern wir setzen das hier rein. So. Und jetzt haben wir kein Geld mehr. Das ging flott. Gut, machen wir die Stahlkollstreben nur hier hin. Also nur kurze reinsetzen. Kurze in Anführungszeichen. 300 Dollar pro Meter. Ja, sagt mir mal, wie viel ein Meter hier ist. Ah. Weil das hier ist keiner. Nee, das haut so nicht hin. Ähm. Eisenkreuzstreben haben die nur zwei. Was soll denn das bringen? So. So. Und so. Und die Eisenkreuzstreben benutzen wir, um das hier zu stabilisieren. So. Das reißt sich hier einfach aufeinander. Das ist nicht schön. Wir tauschen hier mal die Stahlkreuzstreben aus durch Stahl. Den wir dafür dann direkt rüberziehen. Das klappt auch nicht wirklich. Wo genau sind die Schwächen? Hier in der Mitte. Und hier reicht es wieder nicht, um nach oben zu kommen. Die Eisenkreuzstrebe hier direkt nach oben zu ziehen, klappt auch nicht, ne? Nein. Okay, wir nehmen hier mal die Stahlkreuzstreben und setzen verkürzte Varianten hier wieder ein. So. Theoretisch sollte sich das Gewicht dann hier rauf verteilen und hier auch wieder eine Eisenkreuzstrebe hier nach oben mit. Und wo haben wir noch Eisen? Hier. Zack. Zack. Und schon funktioniert es. Nicht ganz. Na gut. Vielleicht, wenn wir das so noch machen. Hm. Moment. Brauchen wir das hier unbedingt? Fragzeichen? So. Jetzt haben wir nämlich wieder genug Eisen hier, um das hier zu machen. Ja, das brauchten wir hier unbedingt. Das packen wir dorthin und dann ziehen wir einmal Eisen bis hier oben durch. Hm. Aus irgendeinem Grund will das nicht halten. Dabei sah es so stabil aus. Ups, jetzt habe ich ein Stück Fahrbahn rausgerissen. Ups, jetzt habe ich noch ein Stück Fahrbahn rausgerissen. Zack. Zack. Stört aber eh nicht, weil ja eh niemand auf der Fahrbahn rumfahren kann und will. Hm. Also mit der Fahrbahn können wir wirklich gar nicht variieren. Das sind nur die Autostücke. Die kann man entweder auf ein Feld machen oder auf zwei. Und wir brauchen die zwei, um eben komplett rüber zu kommen. Das heißt, die Punkte hier können wir nicht manipulieren. Wir haben eine ungerade Anzahl an Eisen, eine gerade Anzahl an Kreuzträgern, Stahlträgern und Stahl. Ich würde wirklich eben sagen, die Stahlkreuzträger hier, um das Hauptgewicht zu tragen. Manchmal, vielleicht können wir das so machen, wir sparen hier ein klein bisschen, aber hier eben nicht. Zack, 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 und zack, dann verbinden wir das hier noch mit Stahl. Und... Fällt dem nicht. Mal sehen, Eisen wird nicht reichen hier, ne? Nein, überhaupt nicht. Also das Geld hier, meinte ich, wird nicht reichen. Von der Länge her würde das Eisen reichen, aber... So. 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 Und hier reicht es wieder von der Länge nicht, dann packen wir hier wieder Stahl. Und... Nö. Ist nicht. Gut, wenn wir hier sowieso Eisen benutzen, können wir das auch oben machen. Zack. Und hier unten verstärken, wir können den Kreuzträgen, so. So. Und jetzt funktioniert es. Nicht. Wir versetzen das Eisen mal. So. Dann haben wir mehr Gewicht hier drauf und nicht in der Mitte, wo es immer zusammenbrechen will. Es will immer noch zusammenbrechen, ist ja unschön. Und dann? Ja. 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 ersetzen hier noch die hin und dann verbinden wir mit dem star nee das passt ganz und gar nicht würde auch vom geld überhaupt nicht genau tja ich glaube das spiel hat mir einfach nur zu wenig materialien gegeben wo man kann das level gar nicht fertig machen da bin ich ganz sicher so bitte alles weg wieder das bringt ja so nichts und die absolut unpassende treibende musik im hintergrund aber das ist nicht die schuld des spiels das ist im prinzip meine schuld das ist ja musik die ich eben benutzen kann weil ich da die arbeit das eben lizenzlos ist und man hat da nicht so viel wahl deswegen habe ich hier diese freebies von michael donner drin wo ich auch überlege dann eben irgendwann mal mir die besseren musikstücke zu kaufen aber dazu brauche ich also dazu muss meine finanzielle situation etwas besser sein hat nämlich einige schöne stücke wenn man die lizenz hat dann kann man dann das wirklich benutzen und die ganze zeit laufen das selbst wenn man monetarisiert was ich aber allerdings gar nicht tue natürlich das aber zum beispiel im stream hätte ich dann musik die ich permanent laufen lassen könnte das wäre auch schön da ich den stream ja immer auf youtube speichere ich überlege übrigens die ganze zeit nebenbei hier noch wie ich das machen könnte aber ich komme wirklich nicht zu einem vernünftigen schluss deswegen würde ich einfach mal schluss machen wenn wir nicht zum schluss kommen dann machen wir schluss und ich überlege noch eine woche ich werde in der woche nicht wirklich die ganze zeit drüber nachdenken aber ich brauche jetzt wieder die woche pause das spiel macht mich irgendwie sehr sehr schnell sehr sehr fertig ich weiß nicht warum eigentlich ist es ja gar nicht so frustrierend sollte es nicht so frustrierend sein aber es ist es irgendwie also ich hoffe es hat gefallen wir sehen uns in der nächsten folge der ich dann die letzten zwölf brücken mache alle in einer folge das wäre so schön lebt wohl das kommentare adios